Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Laufen Gucken Schießen, diesmal mit Chris. Hallo, ja, aber nur heute. Schön, dass du dabei bist und wir spielen, anders als auf deinem Kanal, da haben wir nämlich Team Fortress Classic gespielt, spielen wir jetzt hier Half-Life Deathmatch 1 gegen 1. Also so lange hier keiner mehr sonst auf den Server kommt. Das ist der Plan und ich liebe diese Map. Damals in den 90ern haben wir diese Map sehr gesuchtet. Chris, bist du hier irgendwo? Ja, sicher. Du hast Angst, ne? Ja, ja. Wo bist du denn? Ich hab mein Spinnennetz aufgesponnen. Chris. Und warte auf dich. Oh, Chris. Wo bist du denn? Ja, dann sag ich. Du käppst irgendwo rum, ne? Ja. Fuck. Leute, da bist du. Ich werde dich übrigens hart auseinandernehmen. Ich werde auch nicht Mitleid zeigen. Aha. Also du brauchst jetzt nicht irgendwie hier so, ey, Fischkorb, mach mal nicht so doll oder so. Aha. Alter. Was krieg ich eigentlich bei zu Null? Zu Null? Zu Null schaffst du nicht. Meinst du? Ja. Meinst du? Oh, oh. Ich hör's. Ja. Ey, die Granate ist ja weggeblieben. Das ist doch frech. Was war hier Granate denn? Oh, jetzt chargte der. Ich hab dir die Granate entgegengegen. Hab ich gehört? Hab ich gehört? Oh, shit. Oh, das war so gut. Nein. Nein. Ich möchte... Ach, verdammt. Ja. Ach, verdammt. Ach, du bist... Ach, verdammt. Ja, es tut mir leid, aber eigentlich nicht. Wie gesagt, ich bin alter Pro in dem Spiel. Aua. Scheiße. Äh. Äh. Ja, wenn das hier jetzt so ein bisschen zu, ähm... Zu, äh... Ja, wie soll man sagen? Aua. Rein actionlastig ist. Der kann sich gerne die, die in den Fortress-Folge bei Chris angucken. Die war viel besser. Wie soll man sagen? Krass. Die war krass. Also, da haben wir ordentlich was gerissen. Auch sehr taktisch. Oh, Chris. Oh, Chris. Ja, bitte. Kommst du raus? Wohin? Ich weiß nicht, wo du bist. Chris? Ach. Aber du musst auch... Weißt du, ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass man in dem Raum hier, äh... Ich wusste nicht, dass es da keinen Ausgang gibt. Da gibt's keinen Ausgang. Die Map, die Map hier haben wir, haben wir nicht gespielt. Wir haben immer Agony, also so Custom-Maps gezockt. Ja, das haben wir auch gemacht, aber ganz zu Anfang. Wow. Wow. Aua. Pflüpp. War das jetzt... War das gesnipert oder war das mit Explosion? Nee, das war gesnipert. Du kleiner Nacken. Okay, pass auf. Oh, oh. Komm her. Nein. Ja. Hör, da hat er zu lange gebraucht zum Waffe wechseln. Nein. Ja. Nein. Ich hab ne Idee. Oh, oh. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Aber... Ich glaub, hier müssen wir Musik hinter machen. Ein Drixer. Okay. Komm her. Ah, nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich muss da schnell hin. Ich muss da ganz schnell hin. Ja, ja, komm du mal schnell her. Oh, schaff ich das? Schaff ich das? Man weiß es nicht. Wo bist du? Ganz weit weg. Ganz weit weg. Okay, Digga. Oh! Oh, oh. Schiss! Oh, oh. Oh, toll, jetzt waren wir beide drin. Nein! Nein! Komm, komm, komm! Schnell! Ja! Ich bin an der Welt gestorben. Oh, das war schön, du. Das war eine richtig knappe Kiste, Digga. Ja. Ich hätte eigentlich gedacht... Ja, was denn? Das versau ich nicht. Aber, hab ich versaut. Das ist nicht so schlimm. Ähm... Ach. Wirst du das mal? Oh! Oh! Nicht, nicht mich... Oh! Doch, doch. Oh, hier wird angezeigt, wo du mich überall getroffen hast. Ist mir ernst? Ja. In der linken Schulter. Ja, irgendwie hast du mich in der Brust getroffen und in beiden Armen. Aua! Ja, das tut mir leid. Nicht! Ja, du hast mich gerade überall getroffen. Nein! Nein! Habe ich dich? Habe ich dich? Oh, ja, habe ich. Okay. Aua! Mist! Wieso bist du da noch nicht mehr verreckt? Was war denn das? Das war eine Granate! Was war denn das? Das war der Granaten-Joe am Start. Camperkönig! Aber seit ich damals gespielt habe, haben sie Sachen verändert. Zum Beispiel dieses Maschinengewehr sieht anders aus. Ja, das ist ja auch nicht das ursprüngliche Half-Life. Ist es nicht? Nee, das bist du doch Source sein, oder? Ich glaube, das ursprüngliche ist das noch schlimmer. Ja, aber es sieht ein bisschen besser aus als früher. Ist das so? Ja, finde ich schon. Komm her! Oh, 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 oh! Nein! Wo? Bitte? Alter! Nein! Gib mir die Croa! Nein! 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 Wo bist du? Nein! Nein! What? Das hast du erlebt? Oh, sicher. Nein! Yes! Wie viel HP hattest du noch? Also jetzt habe ich noch einen! Ich glaube, ich hatte eben so ein bisschen gecharged, weißt du? Ja, ja, klar. Hier, Rüstung. Nee, nee, lass das mal. Was denn? Ich habe das schon gehört. Hast du es gehört? Ja, natürlich. Oh nein! Ah, ja, ja, ja. Oh, shit. Das Coole fand ich ja, ist ja, dass man wirklich die Pfeile aussieht. Ja. Also das war für damals, fand ich das ziemlich, ziemlich awesome. Oh, wo? Wo bist du denn? Du weißt doch, wo ich bin. Also erzähl doch keinen. Nee. Ich wusste mal. Nee! Ich wusste mal, wo du bist. Dieses ist aber schon sehr lange her. Oh, oh. Oh, oh. Oh, keine Granaten. Ach, du Scheiße. Ja, siehst du? Kann er mich tuben, der Herr. Ich kann auch anders. Au! Ich bin getroffen. So ein Scheiß war das Glück. Das war echt Glück. Weil die habe ich einfach mal irgendwo in die Wallachei gesetzt. Ich habe mich gerade in dem Moment entschieden, da wieder rauszukommen. Aber warum das auch so ist, wenn man dieses Maschinengewehr einsammelt, ne? Das hat ja, das kann ja 50 Schuss halten quasi gerade im Magazin. Aber wenn du es aufsammelst, hat es 25. Und man muss immer nochmal nachladen. Mhm. Was soll denn der Quatsch? Das weiß ich nicht. Ich habe auch noch nicht die Funktion gefunden, den Waffenwechsel auszuschalten. Das finde ich nervig. Ja, das ist ein bisschen nervig. Wenn du gerade mit einer geilen Waffe rumrennst. Das ist richtig. Dann findest du irgendein Bullshit und dann wechselt der. Das ist scheiße. Lauft! Was? Kleine, eklige, komische Maulwurfsviecher. Wo bist du? Ah ja. Ah ja. Ah jetzt. Ja. Hä? Ich hatte dich eben. Wo bist du hin? Deine Viecher sind gerade hier geplatzt. Ja. Ah ja. Okay. Hast du eben versucht, den Knopf da zu drücken, oder was? Ja. Hat nicht funktioniert, oder was? Ne. Komisch. Der war nämlich nur rot, und ich glaube, da muss man warten, bis der gelb ist. Ne, rot war der auch bei mir. Aber der hat halt einen Timer drin, bis man den, also ab wann man den wieder... Haben wir jetzt wieder... Haben wir jetzt beide unglaublich viel Rüstung? Kann das sein? Ne, ich nicht. Gut. Aua! Aua! Das kann doch nicht sein, Tim. Ich hab da hinten ehrlich gesagt Rüstung gesucht und nicht diesen scheiß Knopf. Ähm, nur da war keine. Ich weiß nicht mehr, wo die Rüstung ist. Ja, so viel gibt's nicht. Ich weiß, wo dieses, dieses Charge-Ding ist. Ja, das ist klar. Aber da kommt man ja auch nicht mehr raus. Nee, nicht mehr raus. Das ist doch der Raum without return. Huuu! Aua! Was? Aua! Das wird weh getan. Oh fuck, du bist bei mir. Ja. Nein, nein, nein! Doch, wie war's noch? Aua! Ja, ja. Das sagen sie alle. Wo bist du? Also, ich muss erst mal aufladen. Warst du da oben? Ich bin da. Ich muss gerade meine Rüstung aufladen. Mhm. Oh, was ist das denn hier? Ach, damit kann man so hoch springen, ne? Damit kann man so hoch springen. Ja, mit diesem Duck Jump. Ah ja, genau. Dieses environmental... Chris, du musst schon auch irgendwie wieder rauskommen aus einem Loch, ne? Nö. Du kleine Camper-Sau. Kennst du den Geheimraum? Nö. Treffen Sie Ihre Wahl. Oh. Oh, ist gleich vorbei. Wie steht's denn? Alter, du kannst das Ding noch holen. Oh oh. Oh oh. Nein. 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 Oh. Oh, nö. Fress die, fress die. Das war knapp. Deine maligen Viecher. Na. Komm raus. Nein. 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 Ja. Mist. Ich hab daneben geschossen. Scheiße. Richtig. Also nicht treffen, ist daneben. Du hast auch daneben geschossen und... Was ist das denn? Oh, wie ist denn hier so ein Laser? Das ist der Schuss von mir eben. Oh. Oder von dir. Aber ich glaub, das ist nur der Todesschuss. Ah. Alter, ich dachte, die Marken wären voll mighty. Du musst schon mindestens zweimal treffen. Außerdem hatte ich schon wieder aufgelaufen. Ich hab doch zweimal getroffen? Ach shit. Ich hab aufgelaufen, Digga. Ich hatte ungefähr... Ich weiß nicht mehr, das ist wahrscheinlich eine Lüge. Aber ich glaub, es sind so 60, circa. 70.000. Millionen. Und ich will dich noch einmal damit töten. Nein. Okay, das wird nichts. Außer du läufst zufällig... Nee. Aua, nein. Hab ich jetzt einen Kill verloren? Ja. Eigentlich schon, oder? Oh mein Gott. Okay. Einmal noch. Oh shit. Einmal muss ich dich mit dem Coil töten. Alter, what the fuck? Komm doch mal her. Oh. Hallo? Ja, nein, nein. Oh. Na? Na? Nein! Kommt der Coil! Nein! Kommt der Coil, bitte! Ah! Ja! Oh fuck, Viecher! Oh! 14-10 hast du gewonnen. Immerhin. Gerade nochmal so. Gratuliere. Heute mal eine etwas kürzere Folge. Nostalgie-Folge möchte ich sie nennen. Half-Life 1. Vielleicht Zoos, man weiß es nicht. Und wie gesagt, bei Chris haben wir eine Runde Team Fortress Classic gespielt. Das ging ab, sag ich euch. Und unglaubliche Action, die da zustande gekommen ist. Chris, vielen Dank! Ja, kein Problem. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Laufen, gucken, schießen! Bapapapapapapam! Tschüss! Tschüss!